Die neue Mannschaft lauten noch über der Leitung von Schnittsrechter Ulka Eksonwellen. Und heute ist er vor 8 Uhr zur ersten Halbzeit. Und das ist der Eingang von Eksonabend. Und das ist der Eingang von Eksonwellen. Und das ist der Eingang von Eksonwellen. Und das ist der Eingang von Eksonwellen. Schnittsre Beethoven Kompera, 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 Kompera. Applaus 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 Vielen Dank.